Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einem Tutorial heute. Ja, es ist mal wieder soweit. Alle Jahre wieder gibt es auch mal wieder ein spannendes Tutorial. Heute soll es um den Ledger Nano S Plus gehen. Und der Ledger Nano S Plus erfüllt genau das, was sich so viele von euch wünschen. Denn man möchte ungern so viel Geld ausgeben wie für ein Ledger Nano X. Aber wiederum auch nicht sich damit zufriedengeben, dass der Nano S doch sehr wenig Speicherplatz hat. Und vor allem, dass er auch ein relativ kleines Display hat. Jetzt haben wir quasi einen Kompromiss. Und die beiden wurden einfach mal in den Topf geworfen, ordentlich umgerührt. Und heraus kam der Ledger Nano S Plus. Er hat laut Beschreibung hier ein größeres Display und mehr Speicher. Sodass vor allem Einsteiger, die sich vorher nicht entscheiden konnten, nämlich den S oder den X, jetzt eine gesunde Mitte finden können. Und genau deshalb dachte ich mir, macht das Sinn, mal ein Video zu machen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie nicht ganz sicher sind, was denn nun der Vorteil von so einem Ledger ist. Und bevor wir gleich das Ding auspacken und ich euch natürlich genau erkläre, wie das Ganze in Betrieb genommen wird, erzähle ich euch vielleicht mal ein, zwei Sachen, warum ich der Meinung bin, dass jeder von euch zumindest ein Hardware Wallet braucht. Ob nun von Ledger oder von einem anderen Anbieter, ist jedem selbst überlassen. Aber es geht dabei um Folgendes. Wenn ihr eure Coins auf der Börse liegen habt, ist im Prinzip alles in Ordnung. Denn im Normalfall zahlt die Börse euch jederzeit eure Coins aus. Ihr müsst dann eben das Ganze nur arrangieren, zahlt eine kleine Gebühr und erhaltet dann die Auszahlung. Normalerweise hat man auch gar nicht so den Willen, das auszuzahlen, weil man sagt, hey, die können da liegen bleiben, ich will damit ja jetzt eh nichts machen. Die sollen von mir aus dann noch ein Jahr oder zwei Jahre liegen bleiben. Und irgendwann, wenn der Kurs mal steigt, kann ich ja darüber nachdenken, sie zu verkaufen. Und wie schön ist es, wenn sie dann schon auf der Börse liegen. Alles gut, total nachvollziehbar. Und auch wenn du vielleicht jemand bist, der täglich tradet oder so, total nachvollziehbar, dass du dann deine Coins auf der Börse lässt. Aber, was passiert, wenn eben sowas passiert wie die letzten Wochen und Monate? Celsius ist in Zahlungsproblemen oder Zahlungsschwierigkeiten. Luna stürzt einfach mal so ab. Und viele, viele Börsen haben Probleme gehabt in den Momenten, dass sehr, sehr viele Leute ihre Coins gleichzeitig auszahlen wollten. Ich kann euch mal etwas zeigen. Bei Tether, es gibt immer mal wieder solche Ausreißer, wo sehr, sehr viel Geld aus dem Markt herausgenommen wird. Das seht ihr zum Beispiel hier. Das war jetzt am 11. Mai. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, 10 Milliarden Dollar, die in Tether ausgezahlt wurden, also aus dem Kreislauf rauskamen. Und das hat dazu geführt, dass für kurze Zeit natürlich überall die Alarmglocken angegangen sind. Und daher sieht man, wie schnell es gehen kann. Auch jetzt seht ihr, dass Tether nicht bei einem Dollar ist. Es gibt immer mal so kleinere Schwankungen, aber die sind jetzt eigentlich total üblich. Ich will nur darauf hinaus, ihr habt immer ein Restrisiko, dass aus irgendeinem blöden Szenario da draußen plötzlich die Börsen gezwungen sind, ihre Auszahlung einzustellen. Es muss nicht immer bedeuten, dass die Börsen Scammer sind und euch absichtlich abzocken oder euch eure Coins stehlen wollen, sondern manchmal ist es nur ein Schutzmechanismus, um solche typischen Bankruns einfach irgendwie vorzubeugen. Und genau darauf habe ich gar keinen Bock. Deshalb habe ich lieber Lust darauf, einmal kaufen, liegen lassen, am besten irgendwann in einem sicheren Ort. Und das sind für mich eben diese Gerätschaften. Diese Gerätschaften speichern eure Public Key, also eure öffentliche Adresse, die ihr jedem zukommen lassen könnt, aber eben auch eine Private Key. Und die Private Key ist etwas, was ihr normalerweise nie seht und wenn ihr eure Coins auf der Börse liegen habt, auch niemals sehen werdet, denn das Geld auf den Börsen gehört ganz offiziell der Börse. Denn die Börse hat ein Wallet, da liegt euer Geld drauf oder eure Coins liegen da drauf und nur die können eure Coins bewegen. Deshalb musst du ja auch die Auszahlung beantragen und dann einen Moment warten, denn dann wird es erst ausgeführt von der Börse. Und wenn du ein eigenes Hardware Wallet besitzt, dann umgehst du diese Drittpartei. Du kannst die Coins also direkt auf den Ledger ziehen und du entscheidest dann, ob die Coins bewegt werden und wenn ja, wohin. Denn du bist dann der Einzige, der die Private Key hält. Und das ist das Spannende daran und deshalb empfehle ich jedem von euch so ein Ding zu haben. Für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, ist glaube ich nie verkehrt. Jetzt gibt es noch die häufige Frage, welche Coins kann ich denn auf den Ledger ziehen? Und das ändert sich natürlich immer mal wieder. Es gibt dazu die Ledger Live App, da werden wir später auch reingehen, wenn ich das Ganze mit euch gemeinsam in Betrieb nehme. Aber ihr könnt zum Beispiel hier auf der Seite von ledger.com direkt mal den Support oder die Crypto Assets sehen, die supported werden. Und da könnt ihr dann entweder alles einmal durchgrasen und euch die Seiten durchlaufen. Oder ihr sucht einfach mal danach. Nehmen wir mal das Beispiel XRP, denn ihr habt euch angezeigt, dass XRP eben verfügbar ist. Wir nehmen jetzt nochmal etwas Kurioseres, wie zum Beispiel VeChain. Was fällt mir noch ein? Link, also Chainlink. Naja und viele, viele weitere. Ihr werdet feststellen, dass die allermeisten bekannten Projekte darauf passen. Und die ein oder anderen exotischen Coins, die es da draußen gibt, dafür habe ich auch eine Lösung für euch. Kommt dazu einfach in den Telegram Crypto Talk und dann können wir gerne darüber sprechen. Außerdem gibt es auch noch diverse Videos von mir, zum Beispiel zum Descent Wallet, um eure XTC zum Beispiel zu speichern. Oder es gibt auch zum Beispiel ein Video zum Alipel Wallet. Also glaub mir, langweilig wird ihr mit mir hier nicht. Du wirst auf jeden Fall eine Lösung finden für deine Fragen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir haben jetzt genug geredet. Lasst uns direkt starten mit dem Unboxing. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Diesen Ledger Nano, den werde ich heute nicht auspacken, denn ich habe bereits mehrere. Und einen davon habe ich hier mal ausgepackt. Damit wir mal vergleichen können, wie viel größer dieser Plus jetzt ist im Vergleich zum alten. Diesen habe ich mir gekauft, weil es die letzten Ledger Nano sind. Also ich würde dir auch empfehlen, falls du jemand bist, der so ein bisschen Bock hat, auf Sammlerdinge zu spekulieren, kauf dir nochmal so ein Teil, habe ich gemacht. Lass den so eingeschweißt, wie er ist. Pack den jetzt in meine Schublade und hoffe darauf, dass in einigen Jahren, wenn Ledger hoffentlich ein börsennotierter Riesengigant ist da draußen, dass dann natürlich diese Dinger sehr gefragt sein könnten. Auch das kann man zum Beispiel mal in Erwägung ziehen, wenn man vielleicht schon Ledger hat. Dann wollen wir das gute Stück doch direkt mal auspacken. Daneben halte ich euch mal nur vergleichsweise den Ledger Nano S-Karton. Abmessung alle gleich, also nichts Spektakuläres. So, da haben wir das gute Stück. Im Internet stand auch was, dass einige dieser Geräte wohl irgendwie so auf Zufallsgenerator so eine Karte drin haben könnten, mit der man einen speziellen NFT bekommt. Keine Ahnung, ob da sowas drin ist, aber wir werden auf jeden Fall mal ganz gespannt jetzt reinschauen. Ein bisschen Apple-Style, ja. So, auch hier mit dem schönen Logo. Fühlt sich sehr hochwertig an, aber das sind wir von Ledger gewohnt. Und dann gucken wir mal hinein in das Ganze. So, Trust Yourself daneben. Dann haben wir hier die Secret Recovery Sheets. Also hier kommen dann normalerweise... Normalerweise hat man dann sowas hier, wo man seine Wörter einträgt. Ich brauche das natürlich nicht, denn... Denn ich habe natürlich FFDK-Steelplates. Ich zeige euch die mal. Und hier kann ich dann meine Wörter ganz einfach raufgravieren. Ich gucke mal, ob man es sehen kann. Hier in der Kamera. Ja, also hier kann ich dann meine Wörter raufgravieren. Und so sind sie auch gleich geschützt vor Feuer oder Wasser, wenn es mal rostet. Während das Papier... Ja, das würde sich relativ schnell Luft auflösen, wenn es dann wirklich Feuer fängt. Oder besser gesagt, hier ist es. Ja, von daher nutze ich immer meine Stahlplatten. Also, falls ihr Lust darauf habt, findet ihr die bei uns im Shop. So, und jetzt weiter im Takt. So, und hier ist das gute Stück. Wir werden natürlich gleich mal zusehen, dass wir das vergleichen mit dem alten Ledger. Einfach nur mal die Abmessungen. Aber ich kann euch hier schon mal zeigen, so sieht das Ganze aus, wenn es geöffnet ist. Wir haben also hier jetzt ein paar Druckknöpfe, die deutlich größer sind als beim alten. Haben ein schönes, größeres Display. Aber ansonsten optisch doch sehr ähnlich zum alten. Den alten klappe ich mal auf und halte euch den mal daneben. Da seht ihr mal beide hier nebeneinander. Ja, und da sehen wir schon, dass sie sich eigentlich wenig tun. Aber die Knöpfe sind halt etwas größer. Ein bisschen besser verarbeitet ist das Ganze. Aber ansonsten seht ihr schon, haben wir jetzt optisch betrachtet kaum Unterschiede. Oben sehen wir schon, wie es weitergeht. Also man soll wahrscheinlich gleich auf Ledger.com und Start gehen. Aber wir gucken uns vorher nochmal vergleichsweise für die, die es interessiert, an, wie er sich unterscheidet vom Ledger Nano X. Das ist jetzt also die größere Variante und auch die etwas teurere Variante. Ja, dazwischen liegen dann schon welten, sowohl optisch. Das könnt ihr hier vielleicht sehen. Also der Ledger Nano X ist deutlich größer als eben auch bei der Verarbeitung. Also hier muss man sagen, rein von der Verarbeitung und von der Größe her kommt er da nicht ganz ran. Der Plus, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja gerade ein Zwischenprodukt haben. Also ein Produkt für diejenigen, die vielleicht beide Vorzüge genießen wollen. Ein etwas größeres Display, aber eben nicht so viel Geld ausgeben. Und da ist er, glaube ich, optimal. So, wir sehen schon, wie es weitergeht. Ledger.com Start. Was haben wir hier noch drin? Hier unten drin. Da ist, glaube ich, jetzt so das Kabel. Gucken wir mal rein. Ja. Und es ist sogar das gleiche Kabel wie beim Ledger Nano X. Also sehr hochwertig und so ummantelt. Um ein bisschen was zu lesen und wie es losgeht. Also wie man startet. Da ich das ja schon ein paar Mal gemacht habe und hoffe, dass sich das jetzt nicht hundertprozentig geändert hat zwischen den alten Installationen und der jetzigen, denke ich mal, wird es auch ohne Anleitung gehen. Wir sehen uns also gleich am Laptop. Dann lasst uns mal loslegen. Wir gehen als erstes auf ledger.com slash start. Okay. Mal gucken, was uns erwartet. Download Ledger Live and start now. Das habe ich natürlich schon gemacht, weil ich ja bereits mehrere Ledger besitze und dementsprechend auch mehrere Wallets dort integriert habe. Aber falls du das noch nicht gemacht hast, einfach hier auf Download klicken, noch auswählen, welches Betriebssystem du hast und let's go. Dann starten wir mal Ledger Live, nachdem wir es runtergeladen haben. So, die Ledger Live App ist geöffnet und jetzt stöpsel ich hier mal den Stick das erste Mal an. So, wir gucken mal, was passiert. Welcome to Ledger Nano S Plus. Press right button to continue. Okay. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Okay. Wenn ihr also beide Knöpfe drückt, dann bestätigt ihr immer. Und links und rechts ist einfach zum Navigieren. So. Set up as new device. Also möchten wir das jetzt als brandneues Wallet einrichten. Oder ich könnte natürlich auch, wenn ich schon andere Ledger habe und die 24 Wörter auf meines D-Plates geschrieben habe, könnte ich jetzt meines D-Plates aus dem Schrank nehmen und hier drauf klicken. Restore from recovery phrase. Und könnte jetzt theoretisch mit diesen 24 Wörtern dieses Gerät hier in Betrieb nehmen. Und mein Kontostand, der früher auf dem anderen Ledger war, war auf einmal hier drauf übertragen. Aber wir wollen natürlich jetzt ganz neu beginnen. Das heißt, wir drücken Set up as new device. Wir bestätigen das Ganze mit den Knöpfen hier oben. Und dann seht ihr schon Choose Pin with 4 to 8 Digits. Also 4 bis 8 stellige Pin. Die überlege ich mir jetzt mal eben. Das Ganze wird nochmal bestätigt und danach steht da Write down your recovery phrase. Und jetzt wird es extrem wichtig, falls du das das allererste Mal machst, kommt jetzt mit Abstand der wichtigste Schritt von allen. Denn gleich wird dir dieses Gerät per Zufallsgenerator, ich kann es euch ja mal zeigen, wird er uns per Zufallsgenerator 24 Wörter raushauen. Und mit diesen 24 Wörtern kann jemand, auch wenn er nicht eure Pin-Nummer kennt und auch wenn er gar nicht dieses Gerät in der Hand hält, kann er eure Coins bewegen. Die 24 Wörter sind euer Schatz. Ihr müsst ihn um jeden Preis verteidigen. Jetzt beide Knöpfe drücken und dann geht's los. Dann kommt bereits das erste Wort. Und das schreibe ich mir jetzt mal auf. In diesem Fall haben wir jetzt das Wort Borrow. Ja, und das würde ich jetzt niederschreiben. Dann drücke ich nach rechts zum nächsten Wort und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt einmal. Wird einen Moment dauern, weil ich es auch gleich reingraviere in die Stahlplatten. Also, ich bin gleich wieder für euch da. So, die Platten sind graviert und er sagt jetzt, bitte verifiziere nochmal deine 24 Wörter. Drücke beide Tasten. Mache ich. Und jetzt soll ich einmal meinen Recovery Phrase, also diese 24 Wörter bestätigen. Und ich denke mal, jetzt wird er mich abfragen. Okay, wie hieß das erste Wort? Jetzt muss ich mal die Stahlplatten hier und schauen. Okay, habe ich. Und dann navigiere ich jetzt so lange hier durch, bis ich das erste Wort habe. Das erste Wort haben wir ja gemeinsam gesehen. Borrow. Okay. Das zweite Wort. Welches ist das? Und so weiter. Das mache ich jetzt auch nochmal eben und bin dann wieder für euch da. So, der Recovery Phrase ist jetzt gesetzt. Also, die 24 Wörter waren so richtig eingegeben. Und jetzt weist er mich nochmal darauf hin, was ich euch vorhin erzählt habe. Dass ihr, wenn ihr den mal verlieren solltet, den Ledger mit den Wörtern wieder alles herstellen könnt. Okay, drücke beide Tasten, um fortzufahren. So, er sagt uns also, jetzt nochmal beide Tasten drücken, dann das Ganze abschließen. Und jetzt steht bei mir, your device is ready. Also, wir haben alles getan, was wir tun müssen. Und jetzt, seht ihr schon, sind wir wieder in der Ledger Live App. Und hier unten links ist hier so ein Schraubenschlüssel. Da leuchtet jetzt auch so ein lilafarbener Punkt auf. Da klicken wir jetzt drauf. Und dann werdet ihr sehen, dass das erste Mal der Stick mit eurer Ledger Live Software interagiert. Allow Ledger Manager steht jetzt hier auf dem Ledger. Das tue ich, indem ich wieder beide Tasten drücke. Und jetzt werden wir quasi direkt mit dem App-Menü verbunden. Und hier seht ihr schon, hier sind alle Projekte, beziehungsweise alle Apps und Wallets, die ihr braucht und die Ledger anbietet. Und über die Suchzeile könnt ihr jetzt euer Wallet heraussuchen. Wichtig ist, selbst wenn ihr das eines Tages mal wieder deinstalliert, ich zeige euch auch gleich, wie das geht. Keine Sorge, eure Coins verschwinden nicht. Diese Software, die ihr hier seht, sie spiegelt nur visuell wieder, was sich auf eurem Stick abspielt. Das Wichtige an dem Stick ist, dass er eure privaten Schlüssel verwaltet. Also ihr könnt hier theoretisch nichts verkehrt machen, denn dieser Stick ist so programmiert, dass das Wichtigste, nämlich diese privaten Schlüssel, niemals diesen Stick verlassen. Selbst wenn ihr ein bisschen naiv seid und irgendein Scammer versucht, die Daten von euch zu bekommen, es ist fast unmöglich, die Daten einfach so auszulesen, ohne dass man ein bisschen Know-how hat. Also, das ist das Besondere daran. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob die Private Keys den Ledger verlassen. Ihr müsst jetzt einfach nur schauen, welche Coins ihr habt und dann eben passend das Wallet installieren. Wir machen jetzt mal die Klassiker, wir installieren uns einfach mal Bitcoin, wir installieren uns Ethereum und dann seht ihr jetzt schon, dass wir hier oben unseren Speicherplatz sehen. Und der ist, wie ihr sehen könnt, immer noch mickrig, 1,15 MB, aber immerhin noch besser als bei dem Nano S, denn dort ist noch weniger. Aber ihr seht schon, wir sprechen bei den Apps von Größenordnungen von 73 KB, 63 KB. Also, an sich sehr, sehr kleine Dateien, von daher passt das schon. Und ihr seht, wir haben jetzt die beiden größten drauf und trotzdem haben wir noch genug Platz für viele andere. Jetzt installieren wir auch noch mal Solana, natürlich auch XRP und sehen wir hier jetzt gerade gar nicht, ich möchte auch noch mal XLM installieren, Stellar. Alles klar, machen wir auch. Auf dem Stick sieht man jetzt schön die Ladebalken und das heißt, wir machen alles richtig. Und nach dem Installieren hier in der Software, könnt ihr mal schauen auf eurem Display vom Ledger, seht ihr jetzt, dass die dort auch installiert sind und ihr seht die Logos der Wallets als Miniatur. Wenn ihr jetzt irgendwann das Problem habt, dass die Leiste hier voll ist und ihr müsst irgendwas deinstallieren, um neuen Platz zu schaffen, wie gesagt, eure Coins könnt ihr nicht so einfach löschen. Ja, also, wenn ihr die App deinstalliert, sind eure Coins immer noch da, ihr müsst nur später wieder die App installieren. Fertig, das war's schon. Wenn ihr sie löschen möchtet, einfach hier auf dem Papierkorb, wir machen mal ein Beispiel, Solana einfach mal löschen, deinstallieren. Jetzt seht ihr, dass das hier gleich verschwunden ist. Da oben, bam, habt ihr vielleicht gerade darauf geachtet, der Balken ist zurückgegangen und jetzt kann man es hier wieder neu installieren. Also, meine Sol wären trotzdem nicht weg, aber ich kann jetzt eben den Platz für andere Apps nutzen. Hier oben seht ihr schon orange leuchten, das mache ich natürlich auch jetzt einmal die Filmware aktualisieren. Filmware ist immer die Software auf eurem Ledger und dann gibt es noch diese gängigen Software-Updates für Ledger Live. Die sind dann, glaube ich, immer blau oder lila, aber ich installiere auf jeden Fall immer alles. Bevor ihr jetzt ein solches Filmware-Update macht, bittet er euch nochmal darum, dass ihr euch die Sicherheitswörter nochmal aufschreibt und dass ihr sie zur Hand habt, dass wenn irgendwas schief läuft, dass ihr die 24 Wörter eben habt, um das Ganze wieder herzustellen. Normalerweise sollte das aber nicht nötig sein. Normalerweise läuft es so ab, wie es auch die letzten 100 Mal ablief. Es wird installiert und ist fertig. Die Prozente laufen auch auf dem Stick und wir sind fertig. Und wir haben es fast geschafft. Jetzt navigiere ich auf dem Stick so lange nach rechts, bis ich Confirm-Update lese. Das mache ich jetzt, indem ich die beiden Knöpfe oben drücke. Bam, jetzt wird es nochmal geladen und fertig. Jetzt gebe ich wieder meine PIN-Nummer ein, die ich mir am Anfang überlegt habe. Und ihr merkt schon, es ist kinderleicht. Ihr werdet jetzt feststellen, dass die Apps, die wir gerade eben mühsam installiert haben, alle wieder verschwunden sind. Das ist aber ganz normal. Hier ist aber ein geiler Button. Einfach raufklicken und er installiert jetzt die Apps, die wir gerade raufgeladen haben. Bitcoin, Ethereum, XRP und XLM vollautomatisch wieder hier rauf. Und jetzt habt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen Rhythmus drin. Jetzt wisst ihr schon langsam, wie der Hase läuft. Und ich denke mal, das Wichtigste, was so die Installation der Apps und die Deinstallation betrifft, haben wir jetzt erörtert. Was wir jetzt noch machen können, ich kann euch mal ein bisschen durch die Software hier führen, durch Ledger Live. Ihr habt hier oben bei der Brieftasche eure Übersicht. Ich habe das Ganze immer so ein bisschen verpixelt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber hier oben könntet ihr jetzt theoretisch sehen, welche Wallets ihr bereits habt. Also XRP als Beispiel. Da seht ihr, dass da mehrere XRP Wallets hinterlegt sind. Bei euch müsste hier natürlich eine Wüste sein. Also einfach gar nichts. Ihr müsst dann hier oben auf Konto hinzufügen klicken. Wählt denn euren Coin aus. In diesem Fall haben wir jetzt mal beispielsweise XRP. Und drücken dann auf OK. Könnt das Ganze jetzt durch Weiter klicken und durch das Bestätigen am Ledger hier hinzufügen. Jetzt könnt ihr dem Ganzen noch einen Namen geben. Ich nenne es mal XRP Nano S+. Und wenn ihr jetzt hier oben in die Suchleiste XRP eingebt oder wahrscheinlich müsst ihr gar nichts eingeben und dann erscheint es schon bei euch, habt ihr jetzt eben euer XRP Wallet. Da klicken wir jetzt mal rauf und ihr werdet sehen, dass das Ganze noch nicht aktiviert ist. Deshalb ganz wichtig, bei XRP oder auch bei vielen anderen Kryptowährungen müsst ihr einmalig etwas einzahlen, damit das Ganze aktiviert wird. Und vor allem habt ihr dann auch eine Übersicht über den Kontostand, über den Verlauf. Und ich zeige euch das mal, wenn ihr euch dann eben das erste Mal eure Kryptowährung eingezahlt habt, dann habt ihr plötzlich so eine schöne Übersicht, wo ihr dann den Kursverlauf sehen könnt und die letzten Transaktionen. Wenn ihr Geld versenden möchtet, ganz einfach auf senden. Wenn ihr Geld empfangen möchtet, ganz einfach auf empfangen. Ja, und das war es glaube ich eigentlich schon. Ist es kein Hexenwerk? Wir haben uns den Ledger integriert. Herzlichen Glückwunsch! Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Der Ledger Nano S Plus hat meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung. Eigentlich längst überfällig gewesen und schade, dass er erst so viele Jahre nach dem Ledger Nano S rauskam. Denn er ist nicht viel teurer als der Ledger Nano S, hat aber deutlich mehr Speicher, hat ein schönes Display und geht schon in Richtung Ledger Nano X. Also von daher glaube ich, ist das definitiv der Preis-Leistungssieger. Verpackung, wie gewohnt gut. Insgesamt gute Qualität, funktioniert reibungslos. Ich habe mir die technischen Daten jetzt nicht im Detail angeschaut, aber gefühlt hätte er auch einen etwas schnelleren Prozessor. Also die Installation der App ging zumindest gefühlt ein bisschen schneller. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon richtig darauf, meine Coins raufzuziehen. Passend dazu habe ich euch heute gezeigt, wie man diese Steel Plates verwendet. Viele von euch haben die bestimmt schon zigfach gesehen, aber nie gewusst, wie man die aktiv einsetzt. Jetzt wisst ihr es. Den Link zu unseren Steel Plates findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich gebe euch dazu ein Code mit 20% Nachlass. Also gönnt euch die Steel Plates passend zum Ledger. Den Affiliate-Link zum Ledger findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, lasst mir ein Like da. Wenn ihr euch die Coins auf den Stick geschickt habt, dann schickt mir bitte per Direktnachricht eure 24 Wörter zu. Freue ich mich sehr drüber. Falls du clever genug bist, das zu lassen, abonniere einfach den Kanal. Freue ich mich noch mehr drüber. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.